Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemanden finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neuer Tag, neues Junk Energy Zeitrennen. Heute haben wir das Zeitrennen Kanalisationssystem und das ist wirklich sehr, sehr einfach zu gewinnen, kann ich euch sagen. Also fahrt das auf jeden Fall, auch wenn ihr da noch keine Fahrradfahrerfahrung habt. Wir sehen das Rennen hier auf der Karte in der Nähe vom Casino, etwas südöstlich und wir starten das Ganze auch gleich mal. Wir haben eine Zeitvorgabe von zwei Minuten und das ist wirklich ganz bequem zu schaffen. So, dann geht das Ganze jetzt mal los. 3, 2, 1 und los. Ja, wie gesagt, hier kommt es nicht so drauf an, dass ihr die großen Erfahrungen habt oder so. Ihr müsst hier nicht springen oder braucht ihr irgendwelche anderen Skills. Hier geht es einfach nur darum, dass ihr wie die so einfach ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende auf A drückt, damit der ordentlich am trampeln ist. Beim Xbox Controller bei der Playstation sicherlich auf X drücken. Und ganz wichtig, ihr müsst unheimlich viel boosten und ich bin hier, ja, ich hätte hier auch viel mehr boosten können. Ich wollte aber nicht, weil ich dachte, manchmal verpasse ich irgendwo eine Kurve oder sowas, aber da war ich ein bisschen übervorsichtig. Aber das ist ja wurscht, weil es ist ja egal, wie schnell ihr ins Ziel kommt, ob ihr jetzt in eine Minute 59 dort eintrudend oder in einer Minute 49 oder so. Das ist ja komplett wurscht. Das Geld bleibt das Gleiche. Ihr kassiert 100 und 4.000 geht der Adana ab und das war's eigentlich. Also wer hier heute das Rennen nicht fährt, also dem ist nicht mehr zu helfen oder der hat einfach zu viel Geld oder so. Also das ist wirklich mega einfach. Und wie immer, ihr braucht kein eigenes Fahrrad. Das ist ganz klar. Für die, die Neulinge unter euch, die das nicht wissen, ihr benötigt kein eigenes Fahrrad. Ihr bekommt sozusagen immer eines gestellt. Sobald ihr euch im Kreis stellt, Steuerkreuz rechts drückt, spawnt ihr auf dem Fahrrad und stapelt und ja, da ist auch alles tippie tippie mit. Wir nähern uns jetzt dem Ziel und hier ist es auch schon eine Sichtweite. Und zack, jawoll, 1.51.508. Also rund 8,5 Sekunden unterboten. Das Ganze 104.000 Dollar abkassiert. Was will man mehr? Das war ganz chillig. Das war ganz einfach. In unter 120 Sekunden 104.000 Dollar tippie tippie. Jo Leute, dann wie immer nicht Like und Abo nicht vergessen. Beim Abonnieren die Glocke mit aktivieren. Schreibt was Nettes in die Kommentare, Anregungen, Kritiken, Glückwünsche, was auch immer. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.